Hi und herzlich willkommen zu Pound Attack. Ich habe gerade meinen Workout aufgenommen für meine Teilnehmer von meinen Body Transformer Workouts und von meinem Bikini-Figur-Coaching. Wenn du entweder in dem einen oder in einem anderen Programm Mitglied bist, dann wirst du dieses Workout komplett mit mir mitmachen können und ich kann dir versprechen, dass ich in diesen zwölf Minuten ordentlich ins Schwitzen gekommen bin und ich hoffe, dass es dir genauso gehen wird. Falls du noch kein Teilnehmer bist, dann möchte ich dir in diesem Video meinen Workout zeigen. Natürlich nicht komplett zum Mitmachen, sondern ich zeige dir einfach die Übungen, sodass du es zu Hause nachmachen kannst. Die Übungen sind ziemlich anspruchsvoll, aber das Workout ist nur zwölf Minuten lang und ich denke, es ist wirklich machbar, das in deinen Alltag einzubauen. Ich kann dir versprechen, wenn du jeden Tag ein kurzes, intensives Workout machst, dann wirst du ganz schnell Erfolge haben und die Ergebnisse innerhalb von wenigen Wochen spüren und vor allem auch sehen. Also ich hoffe, dass du dieses Workout zu Hause mitmachst und ich wünsche dir ganz viel Spaß. In diesem Workout habe ich mit 50 Sekunden Belastung und 10 Sekunden Pause trainiert zwischen den einzelnen Übungen. Du kannst natürlich die Sekunden auch anpassen, weniger Belastung, mehr Pause. Insgesamt sind es vier Übungen, drei Runden, so kommst du auf zwölf Minuten. Die erste Übung sind die Forward-Backward-Lunches mit Jump. Hier startest du mit den Füßen parallel. Dann machst du einen Schritt nach vorne, einen großen Schritt nach hinten und springst einmal rum. Einen Schritt nach vorne, einen nach hinten, einen Lunch-Jump. Achte darauf, den Oberkörper schön aufrecht zu lassen. Spann deinen Bauch an, mach die Schritte schön groß. Etwas leichter kannst du die Übung machen, indem du den Sprung weglässt. Damit steigst du einmal mit dem Bein nach vorne, einmal nach hinten, schließt die Beine und wiederholst dasselbe mit dem anderen Bein. Auch hier schön aufrecht bleiben, Bauch anspannen und die Knie beugen. Die nächste Übung ist der Mountain Climper Push-Up. Hierfür kommst du in die Liegestützposition. Nimm ein Bein nach vorne, spring jetzt dreimal rum und mach eine Liegestütze. Das bedeutet, dass du mit der Brust versuchst zwischen deine Hände zu kommen. Versuch beim Springen weich abzufedern und mit dem Fuß möglichst nah vorne zu deiner Hand zu kommen. Einatmen tief, ausatmen hoch und den Rücken schön gerade lassen. Auch diese Übung kannst du leichter machen. Selbe Ausgangsposition. Jetzt steigst du mit den Füßen nach vorne statt zu springen, dreimal. Und dann machst du eine Liegestütze auf den Knien. Dreimal mit den Füßen vorne zu den Händen, auf die Knie runter und eine tiefe Liegestütze. Achte darauf, dass der Rücken gerade bleibt und du einatmest nach unten und ausatmen nach oben. Die nächste Übung sind die Leg Races mit App Splitter. Dafür legst du dich auf deinen Rücken, spannst deinen Bauch an, drückst deinen Rücken auf die Matte. Streck die Beine. Senk die Beine zuerst gerade ab. Dann versuchst du mit den Fingerspitzen an die Zehen zu kommen. Dann öffnest du die Beine und ziehst mit den Händen zwischen den Beinen durch nach vorne. Beine absenken, nach oben, hochziehen zu den Zehen, öffnen und zwischen den Beinen durch. Achte darauf, den Bauch fester angespannt und den Rücken auf die Matte gedrückt zu lassen. Versuch gleichmäßig zu atmen. Natürlich kannst du auch diese Übung leichter machen. Lass die Beine dafür einfach angewinkelt. Beine nach vorne, tapp mit den Fersen auf die Matte. Versuch jetzt mit angewinkelten Beinen mit den Fingern bis an die Fersen zu kommen. Und dann öffnest du die gebeugten Beine und ziehst zwischen deinen Knien nach vorne. Auch hier ist der Bauch feste angespannt und der Rücken bleibt die gesamte Zeit auf deiner Matte. Die letzte Übung sind die Breakdance Plank Jumps. Hierfür kommst du in die Liegestützposition. Rücken gerade, Bauch fest. Steig jetzt mit einem Fuß nach vorne und kick mit dem anderen Bein durch. Mach einen Plank Check, dann zur anderen Seite, durchkicken und wieder Plank Check. Steig mit dem Fuß vor, kick, zurück und Plank Check. Die Hände sind dabei direkt unter den Schultern, Rücken ist gerade und dein Bauch ist ganz feste angespannt. Auch diese Übung kannst du leichter machen. Selber Ausgangsposition. Komm in die Liegestützposition. Tapp jetzt nur mit dem Fuß nach vorne, ohne durchzukicken. Einen Plank Check, tappen und auf der anderen Seite immer abwechselnd wiederholen. Rücken gerade und Bauch ist feste angespannt. Schau nach unten auf deine Matte. Wenn auch das zu schwierig ist, möchte ich dir eine dritte und leichteste Möglichkeit zeigen, indem du auch hier den Sprung weglässt. Du tappst nach außen, öffnest die Beine, schließt sie wieder und wiederholst dasselbe auf der anderen Seite. Das heißt, du tappst immer unter deinem Bauch durch zur entgegengesetzten Hand. Wenn du Lust hast, alle meine Workouts von der ersten bis zur letzten Sekunde komplett mit mir mitzumachen, ich dich an der Hand nehmen kann und dir wirklich zeigen kann, wie du in kürzester Zeit deine Wohlfühlfigur erreichst, dann klick einfach auf den Link hier unter diesem Video und melde dich zu meinem Bikini-Figur-Coaching oder zu meinen Body Transformer Workouts an. Du kannst beide Programme völlig risikofrei testen und ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich dabei zu haben und mit dir gemeinsam trainieren zu können. Bis zum nächsten Video. Ciao.